Erleben Sie einen wohltuenden und außergewöhnlichen Workshop mit traditionellen chinesischen Bewegungskünsten. Erlernen Sie die Weichheit des Tai Chi. Spüren Sie die wohltuende Energie des Qigong. Spüren Sie die Geschmeidigkeit in Ihrem Körper mit dem traditionellen chinesischen Dao-Yoga. Spüren Sie die Geschmeidigkeit in Ihrem Körper mit dem traditionellen chinesischen Dao-Yoga. Der Unterricht wird von erfahrenen Lehrern in kleinen Gruppen durchgeführt. Es wird mit einer Morgen-Session begonnen, bestehend aus Dao-Yoga und Qigong, um gut gedehnt und geschmeidig sowie mit frischer Energie in den Tag zu starten, der dann frei zur Verfügung steht und individuell selbst gestaltet werden kann. Bei unserer Relax- und Enjoy-Reise wird besonderer Wert auf Wellnessernährung gelegt. In der Abend-Session werden wir mit Tai Chi unsere innere Energie lenken und den Fluss bringen, sowie mit Qigong zur Ruhe kommen und den Tag ausklingen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.